Hallo alle zusammen, heute geht es um dieses Objektiv und zwar ein sehr spannendes, wie ich finde, das Sigma 500mm Blende 4 Objektiv. Jetzt werdet ihr euch fragen, wie komme ich auf dieses Stück, wenn ich denn schon das Sony 200-600 habe hier. Das ist eine längere Geschichte und dieses Video soll kein sklavisches Review im Produkt Review sein, was ihr sonst von mir kennt, sondern ich möchte mich dem Ganzen etwas anders nähern und zwar erst einmal vorab, heute ein Vorab-Eindruck, Vorab-Fazit nicht, aber Vorab-Eindruck trifft es besser, denn ich möchte euch abholen und einladen, mir zu sagen, was soll ich mit diesem Objektiv machen, worauf sollte ich achten, was wollt ihr gerne nochmal im fundierten Fazit am Ende sehen und hören wollen vielleicht, also schaut mir gerne unter dieses Video, was ihr zu diesem Objektiv denkt, ob ihr es vielleicht schon selbst kennt oder habt und wie eure Erfahrungen dazu sind, worauf ich achten sollte. Denn wenn du YouTube-Suche bemühst, wirst du in der Suche so gut wie nichts oder kaum etwas zu deutschsprachigen Reviews zu diesem Objektiv finden und das hat mich dazu gebracht, dieses Objektiv mal näher zu schauen. Ihr wisst, ich interessiere mich seit vielen Jahren auch so ein bisschen für die Wildlife-Fotografie, nicht nur das Landschaften- und Menschenthema, sondern auch das Thema Wildlife und ich bin niemand, der da professionelle Ambitionen hat, aber was mir Spaß macht, ist, Wildtiere zu beobachten, zu fotografieren und dafür habe ich vor allen Dingen seit einigen Jahren inzwischen das Sony 200 bis 600. Diesen Vergleich werden wir des Öfteren in diesem bzw. im nächsten Video auch haben, weil ich der Meinung bin, es macht durchaus Sinn, die beiden hier und da zu vergleichen, aber darum geht es jetzt erstmal nicht, sondern um dieses Objektiv. Wie kam ich auf dieses Objektiv? Ja, ich hatte das Canon 100 bis 500 im Test und da war ich sehr von überzeugt, war auch sehr angetan davon und ich habe aus der längeren Zeit, wie gesagt, das Sony, mit dem ich auch sehr happy bin, wenngleich meine Sony A7R5 jetzt nicht so oft so funktioniert, wie ich das möchte. Also habe ich überlegt, was gibt es denn im Canon-Bereich, was man für Wildlife noch benutzen könnte, vor allen Dingen lichtstärker, denn wir dürfen nicht vergessen, alle Zoom-Objektive haben den Nachteil, dass sie meistens eher schlechtere Blendenwerte haben und da gibt es Objektive, die gehen damit recht gut um im Sinne von, haben eine tolle Abbildungsqualität, tolle Schärfe, sodass du kaum einen Unterschied siehst. Ja, du siehst den Unterschied im Freistellen, du siehst aber keinen Unterschied in der Bildqualität und ich dachte, es muss doch etwas geben, außer der 600mm Brennweite im RF-Format sozusagen, also die unbezahlbaren Objektive, muss es doch noch eine Alternative geben. Sony macht das vor mit dem 300mm f2.8 Objektiv, was schon eher bezahlbarer ist im Vergleich zu den anderen und dann gibt es eben noch Sigma und von Sigma ist den meisten von euch das Blende 5.6 Objektiv bekannt, das aus der Sports-Edition und dieses hier passt genau da rein, denn das ist auch in der Sports-Edition und mit Blende 4 ausgestattet, also Blende 5.6 oder 4. Das ist ein Unterschied von dementsprechenden ISO-Werten, von Verschlusszeiten, da kann man nochmal ein Ticken besser freistellen. Also dachte ich, das macht Sinn, auf jeden Fall mal anzuschauen. Ihr seht es bereits schon hier liegen, an der R5 adaptiert und das ist das erste Objektiv, wo ich sage, hier sieht die Canon wirklich, wirklich klein aus und das ist dann nun keine kleine Kamera und sieht an diesem Glas wirklich winzig aus. Es verändert sich, wenn wir die Objektivabdeckung hier vorne mal abnehmen, die abgeschraubt werden muss und die auch so einen Schutz noch ringsherum hat, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Ich gehe erstmal zur Seite, ihr seht, wie groß das ist. Ja, man könnte das sozusagen abmachen und die Gegenlichtblende vorne dran montieren, dann hat das Objektiv nochmal sozusagen diese Verlängerung, wenn du so möchtest. Ich lege das mal hier zur Seite. Das heißt also, wir haben trotzdem schon ein recht großes Objektiv, was auch nicht wenig wiegt. Es wiegt über 3 Kilogramm, 3,3 Kilogramm und ich möchte gar nicht sklavisch alle Specs durchgehen, aber ein paar Sachen müssen wir uns anschauen, weil sie für meine Begriffe richtig gut sind. 3,3 Kilogramm plus Kamera, da sind wir schon bei einem ordentlichen Gewicht und du siehst, so montiert, ich habe mir diesen Griff nach oben geschraubt, lässt es sich recht gut tragen, aber es ist halt auch echt schwer. Also für lange Touren gleich vorweg ungeeignet. Für alles, was vom Stativ ausgemacht wird, von so einem Einbein-Tripod, super geeignet. Oder wenn du in einem Ansitz bist und darauf wartest, einen Vogel zu fotografieren, auch geeignet. Sobald du unterwegs bist, wirst du das Thema haben, wo packe ich das Glas hin, wie transportiere ich es und vor allen Dingen, wie bewege ich es in der Hand, wenn ich es längere Zeit in der Hand tragen muss. Also das sind so Themen, die beschäftigen mich gleich vorweg und das ist mir gleich begegnet in der Praxis, dass es objektiv sehr schwer ist und ich tatsächlich Mühe hatte, auch längere Zeit kopfüber zu fotografieren, gerade wenn ein Vogel im Baum saß irgendwo. Das war ein bisschen tricky, ist nicht unmöglich. Geht, es geht. Allerdings ist es, wie gesagt, sehr, sehr schwer. Okay, ich drehe das Ganze mal um, dann kannst du das besser sehen. Hier gibt es eine ganze Menge Einstellknöpfe. Du kannst dir natürlich Autofokus, manueller Fokus hier einstellen. Du kannst aber auch dir den Fokus begrenzen. Das ist immer sinnvoll. Das heißt, du kannst, wenn du etwas weiter weg fotografierst, den Fokus begrenzen, damit der Fokus nicht vor dir springt, wenn du vorne irgendwie jemanden vorbeilaufen hast, Radfahrer, Menschen oder ein Blatt bewegt sich, ein Ast bewegt sich, dann kann es passieren, dass der Fokus zurückspringen würde. In jedem Fall passiert das dann nicht. Du hast die Möglichkeit, natürlich auch deinen Bildstabilisator in zwei verschiedenen Modi einzustellen und auch auszuschalten und du hast zusätzlich noch die Möglichkeit, Custom das Ganze einzustellen. Hier hinten gibt es auch noch die Möglichkeit, das Geräusch, das Fokus auszuschalten und auch die AF-Funktion mit einem Preset zu belegen. Sehr spannend, wie gesagt, für Wildlife-Fotografen unter euch. Und natürlich ein großes Highlight ist auch die Möglichkeit, hier Filter hinten reinzuspannen. Das heißt, du wirst mit den Filtern, die du kaufen kannst, deutlich günstiger wegkommen, als ja vorhin einen riesigen Filter zu kaufen. Also du kannst hier durchaus einen Polfilter, ND-Filter, Mistfilter, was auch immer hinten reinschrauben. Das finde ich ziemlich gut. Gerade zum Filmen ist das wahrscheinlich eher ein Thema. Weniger zum Fotografieren, denke ich. Und es lässt sich hier wie so einen Adapter hinten rein einspannen. Ich hoffe, ich bekomme es jetzt rein. Vorführeffekt, ja, hält. Also super solide, super gut von den Möglichkeiten her. Du kannst auch die Stativstelle hier abmontieren, also locker drehen und dann mit Klickgeräuschen dir im 45-Grad-Modus einrasten lassen. Da bin ich ein Riesenfan von, wenn man so etwas mit einer Skala einrasten lassen kann, weil du immer davon ausgehen kannst, wenn es so dann passt, ist es auch gerade. Und bei anderen Objektiven, bei mir ist das eher nicht der Fall. Da muss ich mal schauen, ob das gerade ist. Hier kannst du dich drauf verlassen. Das finde ich ziemlich gut. So drehen wir das nochmal hoch. Hier oben gibt es die Skala für den Fokus. Dann hast du hier einen manuellen Fokus, der sehr schwer geht und der auch sehr weitläufig ist. Also da man manuell fokussieren muss, und das kann ein Thema sein in der Wildlife-Fotografie. Man muss gleich wissen, dass das hier relativ schwer und auch weit geht. Es ist nicht unmöglich. Ich habe aber auch keinen Vergleich zu anderen größeren, schwächeren Objektiven. Bei Sony ist es meistens ein Ticken zu leichtgängig. Hier mag ich den Widerstand, der fühlt sich recht gut an. Von so her, ja, das passt, wenn man das mal benutzen muss. Und du hast natürlich auch hier vorne die Möglichkeit, dir Custom-Buttons zu belegen. Und das ist ziemlich cool, gerade was den Fokus betrifft. Das heißt, du fokussierst beispielsweise auf ein iTunes hin, was dich gerade nicht bewegt. Hast den Augen-Auto-Fokus oder den Körper fokussiert und drückst dann auf diesen Knopf, dann kannst du sozusagen den Fokus locken. Das heißt, er bleibt dort, wo er ist. Wenn du zum Beispiel sicher gehen möchtest, dass der Fokus dich nicht mehr bewegt und dort bleibt, wo er ist, dann ist das ein Riesenthema. Also wirklich sehr, sehr gut, dass man das so einfach handhaben kann. Hier hinten gibt es auch nochmal eine Preset-Taste, aber ich mag das eher hier vorne. Also wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten ist objektiv Spritzwasser und Staub geschützt. Das heißt, für alles, was du draußen machst, ideal geeignet. In Kombination mit der R5, das ist jetzt die Canon-Variante, auch natürlich dementsprechend Spritzwasser und Staub geschützt. Also wenn du draußen unterwegs bist, bis bei Regen, im Sand, bei Schnee, sollte das kein Thema sein, dass du längere Zeit das Ganze ohne Probleme benutzen könntest. Jetzt ist es so, wie sind die ersten Eindrücke von mir? Das wollte ich dir gerne mitgeben in diesem ersten Video. Ich war damit jetzt erst zweimal draußen gewesen, habe damit Wildvögel fotografiert und habe mir davon sehr viel erhofft. Sehr viel erhofft im Sinne von freistellen können, besser, deutlich besser als mit dem Sony-Objektiv, was ich habe und auch eine viel bessere ISO-Performance abrufen können. Denn du darfst nicht vergessen, Wildtierfotografie bedeutet in der Regel sehr kurze Verschlusszeiten, hohe ISO-Werte und dann ist natürlich jede Blende, die du etwas mehr aufmachen kannst, quasi gut, weil du ISO sparen kannst, weil die Verschlusszeit lässt dich meistens nicht so variabel regeln, je nachdem, was du fotografierst. In der Regel musst du dreistellig oder sogar vierstellig die Verschlusszeit einstellen und dann bist du super schnell bei ISO 6400. Also das geht sehr, sehr, sehr schnell. Von so her ist das ein Thema, wenn du etwas offenblendiger fotografiert kannst mit so einem Objektiv, kannst du in der Regel vielleicht auch ein bisschen ISO sparen und das hebt einfach die Bildqualität nochmal deutlich an. Jetzt ist es so, dass ich draußen unterwegs gewesen bin und habe Raben fotografiert, ich habe Meisen fotografiert und auch Greifvögel, die sich in der Nähe aufhalten. Hier gibt es auch noch Wildhasen und Wildhamster. Da möchte ich gerne, also Feldhamster, da möchte ich gerne noch ein bisschen näher dazu beobachten, wenn ich Glück habe. Von so her bleibt es bei mir noch ein bisschen spannend, wie das Ganze sich schlägt. Bis jetzt ist es so, dass ich sagen muss, trotz des Gewichtes liegt das Objektiv gut in der Hand. Also ich kann damit recht gut aus der Hand fotografieren. Klar, ein Tripod ist von Vorteil, gerade wenn du sagst, du bist am Ansitz und da endet sich gerade nichts mehr, wo du bist. Allerdings kommt es auch darauf an, wie du fokussierst. Denn die R5 hat die Möglichkeit, dass du dir verschiedene Zonen, also einen Kasten oder im Querformat und Hochformat oder spezielle Punktsachen einstellst. Das ist ziemlich gut bei der Kamera gelöst, finde ich. Die hat natürlich auch, obwohl es noch die erste Version ist, auch die Möglichkeit, Augenautofokus bei Tieren sozusagen einzusetzen. und das klappt auch recht gut. Da kommt es immer darauf an, welches Objektiv du benutzt. Und da muss ich sagen, hat das Sigma gezeigt, dass es eben, das muss man einfach auch bei aller Klarheit hier sagen, dass dieses Objektiv eher für Spiegelreflexkameras geeignet ist, was den Fokus betrifft, was den Fokusmotor betrifft. Das merkt man einfach, das ist kein Objektiv, was für die spiegellosen Kameras konzipiert wurde. Ich habe es auch hier adaptiert, wie ihr sehen könnt. Und das merkst du einfach, weil der Autofokus zum Teil schon springt. Und wenn er einmal den Vogel gefunden hat, dann klebt er auch dran, verliert ihn aber doch recht schnell, wenn das Tier sich zu schnell bewegt oder der Körper, sag mal nicht mehr typisch wie ein Tier oder wie ein Vogel aussieht, durch das Fliegen beispielsweise, durch die Flügelschläge. Da kann es sein, dass es objektiv recht schnell den Fokus verliert. Und das finde ich ein bisschen schade. Bis jetzt ist es so, ich muss mich ein bisschen einarbeiten und mal sehen, ob das Ganze sich verändert, ob das nochmal sich anders zeigt, das weiß ich jetzt noch nicht. Dann muss ich wirklich meine Erfahrungen noch ein bisschen mehr sammeln. Also bin ich sehr gespannt auf eure Tipps, ob ihr noch Ideen habt, was ich hier einstellen könnte, was ich sozusagen machen könnte, um den Fokus noch besser ausnutzen zu können. Bislang fühlt es sich an, wie all meine Linsen, die ich noch habe, aus dem Spiegelreflexbereich, die an den Systemkameras arbeiten. Das ist in der Regel ein anderes Fokussieren, auch ein etwas mehr Pumpen, was den Fokus betrifft. Von so her bleibt da so ein bisschen die Freude in Grenzen. Ihr merkt das. Die Freude bleibt in Grenzen, was aber nicht heißt, dass das Ganze ein schlechtes Objektiv ist, sondern es heißt einfach, dass ich gucken muss, wie ich das Ganze benutze, für was und mit welchen Einstellungen. Und es liegt natürlich erstmal an mir zu schauen, ob es da noch Möglichkeiten gibt, das Ganze besser auszureizen. Was habe ich damit noch vor? Ich möchte vor allen Dingen, wie gesagt, im Walddorf-Bereich noch mehr fotografieren, noch mal schauen, ob ich noch andere Situationen bekomme. Gerade Gegenlicht würde mich sehr interessieren. Wie sieht es da aus? Wie verhält sich das Ganze in Gegenlicht-Situationen? Weil die R5 hat hier und da Schwierigkeiten im Gegenlicht-Bereich dann gut zu fokussieren. Das ist bekannt. Man kann aber auch ein bisschen gegensteuern mit der Gegenlichtblende zum Beispiel. Etwas kürzere Verschlusszeit. Da gibt es Möglichkeiten, um da gegenzuarbeiten. Von so her bleibt es spannend, ob es mir gelingt, damit noch mehr Erfahrungswerte im positiven Sinne oder im negativen Sinne zu gewinnen. Und sobald ich damit etwas unterwegs gewesen bin, noch mehr draußen gewesen bin, werde ich auf jeden Fall hier ein Video dazu bringen. Und ich würde mich freuen, wenn du mir bis dahin die Tipps gibst, wenn du sagst, darauf solltest du bitte achten oder das solltest du unbedingt draußen mal fotografieren, ausprobieren. Das versuche ich dann natürlich umzusetzen. Das heißt also, es liegt an euch, hier in die Kommentare zu schreiben, was ich damit alles anstellen soll. Wenn dir das erstmal gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben hier, ein Abonnement auf meinem Kanal, das hilft mir wieder im Algorithmus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020